Hallo Leute, Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Survival Games mit dem Papst. Hallo Leute, Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit dem Papst. Äh mit Marc. Und ihr. Ich verfolge dich jetzt. Wir sind ja bekannt dafür. Einzig bin ich dafür. Ja, weniger bekannt aber. Ja. Weniger bekannt, eher beliebt. Mhm. Wer hier gar nix sieht. Alter, wie das bei mir einfach nur krass leckt. Bei mir kein bisschen, nach wo ich aufnehme. Ja, aber bei mir ist es irgendwie... Man hat auch eben schon so geruckelt. Ja, aufsetzt du was bei mir auch. So Optionen. Da werde ich jetzt erstmal auf die Einstellung, werde ich die stellen. Und ich werde die Framer blablabla, wie ist das? Mach einfach die Grafikeinstellungen auf schnelles. Komm, Unterschiede, aber viel mehr Frames. Okay. Ich glaube, ich habe irgendein Problem. Ich habe trotzdem nur 12 Frames. Warte, jetzt habe ich 30. Hä? Oh, es ist voll weh. Da ist einer unartig. Von wem hat er das vernacht gemacht? Touristik City wurde gewählt, aber ich bin Gommelpark am kurzen, lass ich sagen. Ich nehme mich überhaupt nicht. Oh, Touristik City. Hä? Das ist ja voll von Heim abgeguckt. Tja, der Gommelp. Der Gommelp. Der Gommelp. Der Gommelp. Der Gommelpunkt, den du früher hattest. Okay, ich werde wahrscheinlich wieder gleich verkacken. Wir machen Team, oder? Ja. Eisenschwert. Ein Geschlecht. Und Leila. Wo bist du? Warte. Ich spring runter ins Wasser. Warte, ich komm mit, ich komm mit. Warte, nicht. Ich habe dich. Ist da unten Wasser? Ich sehe da kein Wasser. Hier unten ist Wasser. Nein, Alter. Scheiße, Mann. Junge. Fuck, Mann. Da ist einer mit einer Dia-Achse und ich muss wegrennen. Hilfe, Hilfe. Junge, ich bin fast nicht heftig gefangen. So eine Scheiße. Ich werde verfolgt. Das mag ich nicht. Hier ist ein Team. Ich glaube, hinter mir ist auch noch Team hier. Ähm. Ne. Aber ich habe gar keinen Essdorf. Ey, ich habe gerade so einen Typ mit einer Diamantlachsen. Geil. Ich nicht. Hier ist ein 3er Team. Ne. Doch, 3er Team, glaube ich. Marc. Ich brauche Hilfe. Ich bin hier irgendwo im Dschungel oder so. Ich habe keine Ahnung, was du hast. Ich bin jetzt einfach mal weg gejumpt. Ja. Ja. Und werde hier hoch schwimmen. Ich bin gerade in so einem großen See im Dschungel. Ach ja. Wir sollen ja jemanden erwähnen, ne? Ja, genau. Nämlich einen gewissen Parten vom... Alter, mich ruft jemand an, den ablehnen, ne? Angenommen. Hallo? Hallo, Lukas. Wo bist du noch da? Lieber ihm steht besetzt. Ja, er ist gerade noch mit mir. Eigentlich. Auf dem Papier. Ähm, ja, Leute. Ich habe gerade eine Aufnahme. Echt? Ich auch. Ja, ich auch. Ach, hallo. Gut. Wir müssen ja jemanden nennen, ne? Ja, genau. Wir waren gerade dabei, den guten Marvin zu grüßen. Ja. Hallo Marvin. Dem mehr oder weniger guten. Das ist eine Aufnahme. Dann denkt er, du magst ihn nicht. Äh, was? Das stimmt jetzt aber nicht. Also... Das sind beste Freunde. Spielt ihr gerade Minecraft? Ja, auf Gomme. Ja, wir spielen. Endlich mal Futuristic City, äh. Hab die noch nie gespielt. Äh. Ja. Was tun wir gerade? Scheiße. Hey, ich komme gar nicht auf den Server drauf. Wir hatten eben auch Probleme damit. Aber... Irgendwann ging's. Und man hört ein Telefon. Ähm. Ich brauche langsam was zu essen. Ich habe noch zwei Fleisch. Ja, wo bist du eigentlich? Keine Ahnung, ich bin jetzt endlich gerade an so nach Land. Oh nein, ich werde geschlagen. Okay, jetzt werde ich wahrscheinlich gleich getötet. Nein. Ich bin jetzt gerade getötet. Oh ja, nein. Das war eine komplette Eisenrüstung. Äh, nicht Quatsch. Und ein Goldbrustpanter und Holzschweckchen, ein Eisenschwärter und sonst nichts. Ist das besser oder nicht? Ja. Man, ey. Alter, so eine Kacke, ganz ernsthaft. Mann. Erstmal gucken, was auf Z-Servers los ist. Der Lecky-Server. So, äh, hier Slash hat... Ey, Joos, mein neues Mikro ist sicher, ne? So, neues Mikro ist schlecht. Oh nein, ich bin davon gekommen gegangen. Vielleicht komme ich jetzt nicht wieder auf. Das wäre scheiße. Hä? Was ist das? Ach so. Wo hast du die andere Konfie aufgelegt, ne? Ja. Hat er eh nichts mehr gebracht. Meine liebe Mutter hat mir gerade Weintrauben gebracht. Lecker. Hm. Mensch, er hat hier... Ich hab grad nicht den Server auf, Mensch. Komm, der Spack wieder mal rein, ja. Checker Joker, hallo. Hörst du mich? Mhm. Ähm. Ähm. Ähm, komm, hier hin, in die 64er Runde. Ja, ja, 64. Ähm, aber ich überleg jetzt, welches Headset ich mir holen soll, weil, guck mal. Meins. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird es so sein, dass ich das eh bei jedem Mikro oder Headset das in Mainzer... Kann du auf. Ey, aber ich hörte deine Tasks dazu gar nicht. Ich hör's grad auch nicht. Ja, hört man noch. Ähm. Julius, zwei Köpfe hier. Die drei. Und dann nehmen wir hart drauf, ja? Aber, ähm, Leute, ihr könnt scheiße labern wie ihr wollt. Ich werde den Sound eh rausschneiden und dann das irgendwie einmal als Gameplay machen. Nee, so. Tschüss, du Hoden. Warum stehst du so dumm rum? Aber, äh, ich weiß nicht. Leute, von meiner Seite war's das für diese Aufnahme. Es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.